Blub, blub, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Stellaris im Stream. Wir spielen die Terran Star Nation und hauen gerade Piraten auf den Sack. Ich habe herausgefunden, dank meiner Freundin, wie wir die UI ausblenden können. Das ist der GF9. Ja, dann gibt es so schöne, wunderschöne Screenshots. Ah, geil. Oh, so am besten, ne? Hm, obwohl man dann die Flotte nicht so richtig sieht. Das Rot beißt sich so sehr mit unserer Farbe. Unseren Blau, der Triebwerke. So, jetzt blenden wir es aber wieder ein, weil ich brauche ein bisschen Infos. Dann hauen wir die Typen noch kaputt. Oh, wir schmelzen die Panzerung ja ohne Ende. Wenn wir jetzt noch Raketen drauf hätten, hätten die gar keine Chance. Dann würden wir extra Rumschaden machen, das wäre super. Awesome. Und wir bekommen ein bisschen was von allem. Sehr schön, unsere Flotte darf gerne upgraden gehen. Lösegeld, Mafia, Boje. Oh, okay. In einem sanften Orbitum Woldop 3A treibt eine Notfallsender, Boje. Ihre äußere Hülle wurde anscheinend durch Streifschüsse oder eine starke Explosion schwer beschädigt. Das hier ist auch neu, glaube ich. Es könnte sich um ein terranisches Modell für Zivilschiffe handeln, das im Fall des Zusammenbruchs der Kommunikationssysteme automatisch abgesetzt wird. Durch das Ausmaß der Schäden ist das aber unmöglich festzustellen. Die Boje wiederholt immerzu ein schwarz verzerrtes Signal. Wir bereinigen die. Ich glaube, ich weiß schon, wie das hier abläuft. Ich glaube, ich weiß schon, was das macht. So. Aber Chef, du... Ich bin sogar der... Ja, ich bin geneigt, dass du das zuerst machst. Dann ist es ein weiterer Weg zu seinem eigentlichen Ziel, das dort liegen würde. Aber... Äh, Kommunikationskanäle öffnen. Äh, hallo? Hier spricht der Kapitän der Luxion, eines zivilen terranischen Transporters. Äh, ehemalige Käpt'n meine ich. Die Luxion gibt es nämlich nicht mehr. Wir wurden von Piraten geändert und dann gefangen genommen, bevor sie das Schiff sprengten. Äh, wer? Äh, sie... Ich glaube, sie nennen sich die Lösegeld-Mafiosi. Die Lösegeld-Mafia? Wie auch immer. Sie sind ein schlimmer Haufen und wenn sie nicht gedacht hätten, äh, dass sie von der Terraner Star Nation irgendwas für uns kriegen würden, wären wir schon längst tot. Ich habe sie belauscht, als sie über ihre Forderung diskutierten. Äh, wir werden euch retten, of course. Oh, vielen Dank, danke, Generalkommissar. Wir werden in einer Art Raumstation festgehalten, aber abgesehen davon habe ich keine Ahnung, wo wir uns befinden. Ich werde die Übertragungsintensität jetzt schlagartig hochdrehen, damit euch, äh, euch ermöglichen... Was euch ermöglichen sollte, die Position dieses Gefängnisses von der Notfallbrille zu triangulieren. Okay. Construction complete. Äh, und wo ist es? Oh, hier noch Aliens untersuchen. Sehr gut. Lösegeld-Mafia-Basis. Wo ist es? Aha. Ja, wenn wir da jetzt hinfliegen, können wir die befreien. Ich bin mir sogar sicher, dass wir eigentlich genug Zeug haben. Warte mal, was zur Hölle ist hier passiert? Äh, what? Warum ist das eine andere Klasse? Warte mal. Äh, ne, nicht das Template vernichten. Da werden alle Schiffe auch vernichtet, komischerweise. Äh, dann nimmt halt die. Ist mir doch egal. Warum haben wir jetzt wieder eine neue? Ach so, weil die immer... Äh, okay. Konstruktionsschiff. Ähm... Ist eigentlich ein ganz guter Bereich hier. Wir haben das andere Konstruktionsschiff. Ach, es muss hier so viel nachbauen, was so doof ist. Okay, ich brauche schon wieder ein neues Konstruktionsschiff eigentlich. Ich kann es durch den Chat und verteilt Glitzerkekse. Ih, Glitzer. Ich kann es auch Glitzer nicht essen, Schatz. Das ist doch eklig. Bah. System-System-Survey complete. Nein. Nein. Okay, hier können wir jetzt auch ausbauen, das ist gut. Dann gibt es endlich einen Bonus auch auf die Nahrung, was uns sehr gut gefallen wird. Das hier können wir leider noch nicht ausbauen, aber ihr seht, wir wachsen schon ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ihr seht, ich habe das Gefühl, ne? Ja, geil. So, so ist das. Mensch, habe ich fast verschluckt. Ähm, ich erforsche das in Iram noch nicht. Aber wir von dem Voltaum eh noch nicht so viel haben. Beobachtung von Weltraumwolken. Okay. Ist cool, nicht, dass wir die Wahl hätten, aber das ist ja auch nice. Fünf Monate. Ups, sorry. Äh, ich sollte die vielleicht doch mal langsam upgraden. Und gleichzeitig, du bist fast fertig. Ich sollte die anderen hier auch schon mal bauen. Dann ist das zumindest weg und wir haben Terra schon mal fertig. Haben wir New Terra eigentlich schon? Das warst du, ne? Ja. Dann nennen wir dich einfach Neo Terra. So. Neue Erde. Und, ähm. Wunderschöner Planet. Also, weit mehr als unsere. Ich meine, unsere hat nur diese Felder. Wir haben hier noch acht mehr dran. Das ist... Puh. Das ist ein super geiler Planet. Der beste Planet, den wir gefunden haben bisher. Traurigerweise. Wir haben ein Physiklabor. Ich könnte es direkt upgraden. Das ist eine gute Idee. Weltraumwolken entschlüsselt. Schaden an Weltraumwolken geht hoch. Ja, und wir haben ein bisschen Physikforschung gelangt. Das ist praktisch die Forschung, die wir da gerade reingesteckt haben. Plus ein klein bisschen mehr, also. Es war es wert. Die paar Monate zu investieren. Dadurch, die holen wir jetzt schnell wieder rein. Okay. Was auch immer das ist. Warum ist es rot, frage ich mich. Weil die beschädigt sind? Wahrscheinlich. Okay, wir fliegen gerade zur Station. Repariert euch. Nur ein bisschen Panzerungsschaden. Alles in Ordnung. Und das auch nur bei so zwei, drei Schiffen. Du hast gar keine Panzerung mehr. Aber das ist auch okay. Ich wünsche, ich hätte lebendes Metall. Dann würde das gar kein Problem sein. Dann hätten wir nämlich bis dahin schon wieder alles geheilt. Wir können uns eine mehr holen. Ja, maybe. Das ist ein bisschen wonky mit dem Design automatisch generieren. Weil er mir dann immer die überschreibt. Und dann mir die ganze Dings hier überschreibt. Nicht so geil ist. Oh yeah. Planetenerkundungskurs. Keine Sekunde länger verschwenden. Denn jetzt wird unsere Forschung hoffentlich explodieren. Ich meine, das sind hier nur 2,2 Punkte. Was sich auf zwei wahrscheinlich runterpacken wird. Vielleicht auch drei Punkte. Aber trotzdem. Drei Punkte mit jedem Mal, was wir hier so ein System. Oder so ein Körper untersuchen. Ist schon geil. Oh yeah. Ist schon geil. Wir haben Nachbrennerfortschritt. Gravitationssensoren. Physikforschung bekommen. Geil. Ionentriebwerk ist super. Wird uns hier sehr helfen. Wir sollten aber noch ein bisschen mehr Fokus auf Ingenieurforschung legen. Oh, zerstörte Wachmatrix. Das. Oh. Das habe ich noch nie gefunden, Leute. Das ist geil. Das ist neu. Das kam jetzt mit Synthetic Dawn. Ne, oder? Kam das jetzt erst? Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es jetzt erst kam. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber Synthetic Dawn. Fäßel mit der Flotte will ich nicht unbedingt direkt erhöhen. Maybe. Äh. Ist das günstigste, ne? Der Energiesauger ist einfach nur scheiße. Viel Schildschaden, wenig Panzerungsschaden. Näh. Äh. Beseitigung von den Viechern wäre gut. Na gut, nehmen wir das doch einfach, weil es das günstigste ist. Die Wachmatrix. Zerstörte Wachmatrix. Im Baranix-System war zu irgendeinem Zeitpunkt der galaktischen Geschichte offensichtlich eine riesige Orbitalinfrastruktur installiert, die seitdem systematisch vernichtet worden ist. In geostationären Umlaufbahnen um die meisten planetaren Körper des Systems sind viele Trümmer konzentriert. Dazu gehören auch mehrere gewaltige Raumstationsrümpfe. Der Größe davon ist eine gigantische Wachmatrix. Unsere eingehenden Scans legen nahe, dass diese Matrix zu Betriebszeiten stark genug war, um Echtzeit-Sensorabdeckung der gesamten Galaxie zu bieten. Das ist mal geil. Wo ist das? Baranix-System. Orbitalforscher-Mandat erfüllt. Sehr schön. Scheiß-Mandat. Das ist eine der Megastrukturen, diese Matrix. Diese zerstörte Wachmatrix. Äh. Dieser schmettert den Überrest einer mächtigen Wachmatrix. Trotz ihres Alters sind die Antennen der Megastruktur größtenteils strukturell intakt. Mit der richtigen Technologie und einer großen Ressourcenmenge könnte die Matrix möglicherweise wieder betriebsbereit gemacht werden. Das Ding können wir bauen und dann haben wir eine komplette Sensorabdeckung der, also neu aufbauen wieder. Komplette Sensorabdeckung der Galaxie. Ziemlich geil. Ziemlich, ziemlich geil. Wir wüssten immer, wo alles ist. Gab es auch vor dem Patch? Okay, also vor diesem Patch. Ja, dann ist das halt mit Syncetic Dawn reingekommen. Okay. Danke für die Bestätigung. Und hier ist eine Tote Welt 16. Cool. Die will ich haben. Wir sind eh hier in die Richtung unterwegs. Das heißt, die Tote Welt holen wir uns auf jeden Fall. Ich will aber erst hier hin, denn ich will ihnen den Weg hier hin verwehren. Am besten das hier auch noch nehmen, dann kommen sie nicht mehr wirklich durch. Was schön wäre. Du bist hier. Ja, okay. Wir warten da drauf. Awesome. Das ist ein großartiger Fund, diese Wachmatrix. Wir brauchen trotzdem leider die, die, ähm, die Ascension Perk Megastrukturen. Den Perk. Oh, Ansprüche können wir auch ansehen, aber haben wir da keine bisher. Äh, Traditionen. Ascension Perks. Wir brauchen Geborene der Lehre und, äh, galaktische Wunder, glaube ich. Megastrukturen werden zu Recht als Wunder unserer Zeit betrachtet. Vor wenigen Generationen noch wäre das Ausmaß eines solchen Projekts unvorstellbar gewesen. Leider, ja, hier ist die Wachmatrix mit drin. Das heißt, wir brauchen diesen Ascension Perk. Äh, leider ist der Forschungsnexus totaler Schwachsinn und die Dyson Sphere auch, weil die Dyson Sphere bringt nur 400, ähm, Energie. Und das für ein Gesamtkosten, glaube ich, von 100.000 Mineralien oder sowas. Und das ist es einfach nicht wert. Das ist, und die dauert auch ewig lange zu bauen. Äh, 400 Energie ist gar nichts. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben in diesem Patch. Vielleicht steht da eine Null mehr dran. Das wäre sinnvoller, aber Energie. So wichtig ist es auch nicht, finde ich. Forschungsnexus ist nice, um schnell durch die Forschung durchzupowern. Aber ich glaube, das waren auch nur 200 für jede Forschung oder 400 für jede Forschung, was in dem Zeitpunkt auch gar nichts mehr ist. Ewige Wachsamkeit. Schaden von Sternenbasen. Oh, nice. Und mehr Verteidigungsplattformen. Verteidigungsplattformen habe ich noch nicht angesprochen. Wenn wir Sternenbasen ausbauen wollen, haben wir die Möglichkeit, Verteidigungsplattformen zu errichten. Das sind diese Plattformen, die wir hier sehen, im Schiffsdesigner. Aber wenn die Dinger zerstört werden, also praktisch errichten wir eine Enigmatic Fortress. Errichten wir damit. Aber wenn die Dinger zerstört werden, anders als bei der Enigmatic Fortress, bauen die sich nicht wieder von selbst auf. Nein, wir müssen wieder in Materialien reinstecken. Und zwar wie die Hölle. Und, ähm, ja, nein, danke. Bei mir haben die 400 Pro gekostet, als ich es mal getestet habe in meinem ersten Run. Äh, not worth it. Absolutely not worth it. Was geile ist, wenn wir hier hinkommen, wenn wir uns das System noch schnappen können, dann sind die, sind die hier boxed in. Die kommen hier nicht mehr durch, richtig. Ich meine, wir können leider unsere Grenzen nicht schließen. Also theoretisch kommen sie noch durch. Weil wir ja kein Rival... Oh mein Gott, überwältigende Flottenstärke. Was macht ihr? Scheiße, Mann. Ich muss echt mit denen befreundet bleiben, sonst haben wir ein Problem. Ich darf keinen Basalenstatus verlangen. Oh, bei Ablehnung erhaltet ihr für ein Jahr den Kriegsgrundunterwerfung. So erklärt man den Krieg damit. Nice, okay. Äh, ja, wir machen das mit einem Gasriesensignal. Das ist eine ganz nette Chain. Ähm. Ist eine ganz nette Chain. Nicht die geilste Quest-Chain, aber die ist lustig. Eine tropische Welt, die wir auch gebrauchen könnten. Nice. Nice, nice, nice. Mach das mal. Ähm, sonst... Wir könnten jetzt noch die Welt hier besiedeln. Das Problem ist, das wird erstmal die letzte sein, die wir besiedeln können. Äh, tututututu. Alles blöd. Egal, wo ich hinsetze. Es ist immer scheiße. Hier verliere ich, ähm, ein Mineral. Hier, ja, das verliere ich nicht, aber wirklich guter Punkt ist es nicht. Hier kann ich nämlich keinen Bonus bekommen. Beste dennoch. Also, Serious wird uns gehören. Das Schöne ist, wenn das in meinen Grenzen ist, kannst du eh keinen anderer besiedeln. Also, Hauptsache, das ist in meinen Grenzen. Archäologie-Projekt abgeschlossen. Ja, wir haben die Ute-Artefakte. Das ist schön. Noch eine Fraktion gerüstet. Veterans for Victory Movement. Äh, okay. Ich dachte, die gab's schon. Ach nee, das Free Elections gab's vorher. Okay. Äh, ja, aggressive Diplomatie. Eroberung. Eroberung. Äh. Vorübergehende Zustimmung. Traditionelle Vorherrschaft. Ja, wir brauchen die Vorherrschaft dafür. Die brauchen wir doch für jemand anderen schon, dachte ich. Brauchen wir die? Die haben sich geändert. Die haben sich umbenannt. Und die sind wahrscheinlich verschwunden und sind jetzt wieder da, weil die, äh, nicht genug Anziehung hatten oder sowas. Ah ja, seht ihr das? Die Materialistischen sind auch ziemlich stark geworden. Äh, wahrscheinlich auch wegen der Zufriedenheit, dass da immer mehr hin pilgern praktisch. Wir kriegen davon auch ein bisschen mehr Einfluss, was sehr angenehm ist. Das ist halt der eine Vorteil, den man nicht hat, wenn man, äh, Schwarmbewusstsein ist. Da alle eh immer zustimmen, gibt's keine Fraktionen. Weil das ist ja ein, ein Mind praktisch. Sie handeln ja alle als einer. Ja, und, ähm, ja. So is it, ne? Endlich 60 Mineralien. Das hat so lange gedauert. Ey. Nicht schön. Raketen verbessern, ziemlich nice. Äh, Ionentriebwerke hätte ich auch gerne. Nachbrenner, maybe. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal die Raketen. Trägergeschwader wäre auch schön. Aber hier seht ihr es auch. 100% Schilddurchschlag, 25% Rumschaden. Extra oben drauf. Und die machen ziemlich viel Schaden. Das ist, das Bild scared mich. Das ist nämlich, äh, ähm, Endgame-Event. Äh, Bild eigentlich. Und wenn das kommt, dann kommen die netten Leute aus einer anderen Dimension und wollen ein Essen. Wissenschaftsoffizier Ayana, äh, oder, Aynia Venktesan hat es geschafft, das schwache Signal zu isolieren, das vom Orbit, äh, von einem Orbit tief in der Atmosphäre von Karnam 6 ausging. Es scheint sich dabei tatsächlich um eine Übertragung zu handeln. Wir haben sie durch unsere Übersetzungssoftware gefiltert. Äh, endlich! Ein wahrlich gutes Treffen, Raumfahrer. Wir sind die Dathnack. Und der Planet, in dessen Umlaufbahn ihr euch befindet, heißt Tolok Rong. Die Heimat unserer Ahnen. Es ist, äh, immer ein fessendes Erlebnis, Festkörperwesen zu treffen. Selbst wenn unser letztes Aufeinandertreffen mit eurer Art eher etwas, äh, problematisch gewesen ist. Ihr habt zweifelsohne die Strahlungsstöße bemerkt, die aus unserer Atmosphäre kommen. Ähm, Tolok Rong liegt im Sterben. Und falls wir keins Neues zu Hause finden, wird unsere Späte jetzt aussterben. Wir haben einen Planeten identifiziert, der für unsere Physiologie passen würde. Wir haben aber keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Leider bedeutet unsere nichtkörperliche Natur auch, dass wir nicht viel in Bezug auf Industrie oder Technologie zu bieten haben. Würdet ihr uns helfen? Ähm, wie können wir uns unterhalten? Ah, ihr seid nicht die ersten Festkörperwesen. Äh, andere Raumfahrer gaben uns vor 2,9 Millionen Solarzykler liebenswürdigerweise einen kleinen Hyperraumsender. Eine Scannermatrix. Beide Geräte waren auf unsere Physiologie abgestimmt. Zweifelsohne, eine der erfreulichen Begegnungen mit eurer Art. Was passiert mit dem Planeten? Bla 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 bla, lief es nicht ganz so gut. Sie wollten, dass wir zu ihrer Religion konvertieren, was wir ablehnten. Dies löste eine Art völkermörderischer Reaktion aus. Völlig ungerechtfertigt. Bevor wir überhaupt wussten, was passiert, manövrierten sie ihre Flotte in den Orbit und begannen mit einer großer gelegten Bombardierung. Äh, die gesamte Späte ist umsiedeln, ja und hoffentlich bald. Keine Sorge, es gibt nicht allzu viele von uns. Die meisten Daffnack starben bei der Bombardierung unserer Planeten, oh wie nett. Und die Überlebenden zogen sich tiefer in die Atmosphäre zurück. Die Kommunikation mit der Oberfläche ist von hier aus schwierig. Die Strahlung breitet sich aus, wir haben nicht viel Zeit. Äh, ja wir helfen ihnen. Okay. Ist leider wieder sehr zeitkritisch. Was brauchen wir dafür? Nur ein Wissenschaftler. Ähm. Wait, what? Wir müssen den da hinbringen. Ah, da muss der hin, okay. Ähm. Du willst dorthin. Du bist schon dort. Ach ja, das kann am System. Okay, dann gehst du bitte vorher. Äh, dorthin. Und dann kannst du auch das System gerade noch erkunden. Die werden sich nochmal für, äh, äh, bei uns melden später. Das wird mittlerweile dauern, aber nicht zu lange. Leider. Weil die Viecher können ganz schön nervig werden, die Doofen. Die drecklichen kleinen Viechers. Aber eigentlich sind sie ja ganz, ganz, äh, niedlich. Finde ich. Den Dschungel können wir auch mittlerweile loswerden. Das ist sehr schön. Ähm. Ähm, mehr Energie for the winds. Wir haben sogar ein Bio-Labor. Und hier packen wir dann noch ein anderes Labor oben drauf. Und dann passt das schon. Nahrung ist momentan kein Problem, was sehr schön ist. Ich hab, hab ja auch Heavy die Nahrung präferiert. Was ich nicht so schön finde, wie ihr wisst. Ähm. Aber ich mein, muss man mal... Ah, crap. Das hatte ich befürchtet, weil wir so lange gebraucht haben hier. God damn it, ihr Penner. Egal, das System will ich trotzdem haben. Das ist zu wertvoll, um es liegen zu lassen. Und dann können wir ja versuchen, über Itzla hier noch wenigstens, äh, die tote Welt zu bekommen, die ihn eh nicht nützt. Die drecklichen Schweinebeeren. Eventuell machen wir hier auch erst dicht. Ich werde jetzt hochgradig hier investieren. Ihr baut noch aus, okay. Werde hier auch nichts weiter ausbauen. Ich werde jetzt eine stracke Linie dahin fliegen. Ich kann ja hier durchfliegen, die haben die Grenzen nicht gestoßen. Ihr Schweine, ich brauch die Planeten. Na gut, ihr auch, aber... Ihr seid Penner. Ich mein, ich kann sie doch nicht mal hier boxed in lassen, ne, wenn ich hier dicht machen würde. Kommen wir trotzdem da durch, die Schweine. Äh, du, du, du. Hier mehr Nahrung. Ja, why not? Hier auch. Hauptsache aufrüsten. Aufrüsten sind immer gut. 62 Mineralien. I like. Noch mehr Jutforschungsgedönse. Du bist jetzt fertig, ne? Ja, okay. Dann hilf hier mal aus. Wenn ihr Bock habt, können wir das am Wochenende auch streamen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf Lust habt, aber... Können wir mal eine Multiplayer-Runde streamen. Von Stellaris. Und vielleicht haben wir ein paar Leute Lust da drauf, dazu zu schauen. Wer weiß. Also an Dragon Unity und an Shiro jetzt, falls ihr noch zuhört. Ich weiß es nicht. Aber mit Shiro war letztes Mal ziemlich lustig. And the more the merrier, nicht wahr? Eigentlich schade, dass es sonst keine Möglichkeiten gibt, sich wirklich zu alliieren. Außer mit defensiven Pakten. Ähm. Was ja nicht so geil ist. So richtig, so wenigstens Allianz-mäßig in dem Sinne eingehen. Oder keine Ahnung. Und halt noch was anderes, außer immer Föderation. Weil die Föderation finde ich so umständlich. Und leider auch noch nicht wirklich gut implementiert. Zumindest im 2.0 Patch. Weil wir einfach einen Flottenmanager brauchen. Ich glaube, ich schreibe auch mal With an. Auf Twitter. Blastige ihn mal ein bisschen. Und sage, dass wir eventuell einen Flottenmanager nur für die Föderation brauchen. Weil eine eigene Instanz. Weil sonst funktioniert das irgendwie nicht. Das buggt uns nur rum. Und dann kann halt nur einer, der die Flotte erstellt hat, auch das Template verändern und so. Und das ist irgendwie strange. Äh. Mehr Gravitationssensoren. Der Horchpossen ist sehr nice. Von dem ab ja. Aber eigentlich ist der Hyperantrieb geiler. Und ich glaube, ich nehme den auch. Dauert aber eine Woche. Aber ist schon besser geworden. Also ist es gut, dass wir ein bisschen mehr in die Forschung investieren. Wir sollten noch mehr in die Forschung investieren. Ich will nur erst den Kram hier haben. Danach bauen wir den ganzen Quatsch hier aus. Und vor allem das da, worauf ich hier schon lange warte. Okay, weißt du was? Du gehst hier hin, baust hier aus. Und danach können wir hier noch ein bisschen besiedeln. Äh. Hast du das schon erledigt? Nein, du bist aber gerade dabei. Okay. Oh, das sieht so cool aus. Ähm. Äh. Das sieht wirklich interessant aus. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ist nice. Die Umsiedlung. Sehr gut. Anscheinend haben wir die alle an Bord. Ich meine, es gab ja nicht so viele, hieß es ja. Und anscheinend pflanzen sie sich nicht fort. Oh, okay. Das ist gefährlich. Da können Piraten entstehen. Na gut, hier können überall an jedem meiner Grenzsysteme Piraten entstehen. Äh. Okay. Die Omikron-Aliens. Crap. Noch ein Sternenreich. Und zwar ein humanoides Sternenreich. Schauen wir uns mal an, wer das ist. Construction complete. Und hier kann ich nicht dicht machen. Hier schon. Tropische Welten sind in Ordnung für uns. Ja, ich muss hier dicht machen. Wenn wir das haben, werden wir auch das hier nehmen. Grenzkonflikte mäßig. Sie werden angepisst sein. Definitiv. Auch wenn sie so viele Boni mit uns haben. Aber sie werden angepisst sein. Sehr schön. Wissenschaftler, Schatz-Offizier Blablub hat die Aufsichtigung der Umsiedlung der Dathnak zu ihrer neuen Heimat beendet. Die gasförmigen Wesen wurden mit einem Konvoi ziviler Frachter ausgerüstet und gewaltigen Druckgastanks durch den Weltraum transportiert und dann in der Atmosphäre des Gasriesen freigesetzt. Auch hier uralter Sender und die Scannermatrix wurden mitbefördert. Wir stehen für immer an eurer Schuld. Dieser Planet hat unsere Erwartungen übertroffen. Zum ersten Mal seit Generationen können sich unsere Jungen in der oberen Atmosphäre herumtollen. Sie können in der Atmosphäre herumtollen. Nicht sich. Ohne zu glühen anzufangen. Wir haben beschlossen, unsere neue Heimat nach eurer Spezies zu nennen. Baldarak. Zukünftige Dathna-Generationen werden immer den Namen ihrer Retter kennen. Äh, Baldarak, wir sind Terraner. Wirklich? Ich hätte darauf schwören können, dass... Entschuldigung, aber es kann schwer sein, euch Festkörperwesen auseinanderzuhalten. Ich fürchte, für eine Namensänderung ist jetzt zu spät. Hört sich aber doch nicht schlecht an. Findet ihr nicht? Äh, ja, viel Glück. Nochmals vielen Dank, liebe Freunde. Mögen euch die atmosphärischen Strömungen für immer in der Luft halten. Ja, danke. Läuft. Ähm, ich bin eigentlich relativ egal, bin wahrscheinlich sowieso recht ruhig. Oh, das ist aber traurig. Soll auch miteinander reden, Mensch. Wieso schließt du Grumium so aus? Der Kreis um das System herum lässt irgendwie traurig wirken. Ja. Äh, okay. Versklavende Despoten, auch das ist ja nice. Und sie sind spiritualistisch, das heißt, sie werden uns so oder so hassen. Äh, pff, ja. Geil, da haben wir also unser Kriegsziel. Ah, die sind hier unten, das ist gut. Das ist in der Tat gut. Gut, ich kann hier dicht machen. Sobald ich hier hinkomme, ist... Oh, shit, ich muss da... Okay, Leute. Erkunde, jetzt. Go, go, go. Danach hier. Jawohl, es ist immer noch besser, wenn du hier anfängst. Zu erkunden. So. Denn, wenn wir jetzt hier rüber gehen können und hier dicht machen können, dann ist es vorbei. Dann kommen die nicht mehr auf unseren Arm. Zumindest nicht, ohne dass wir das verhindern können. Ich wollte ja unbedingt hier hin, ne. Ich hoffe, ihr breitet euch mehr in die Richtung aus. Viel Spaß dabei. Weil die werden uns auf jeden Fall hassen. Ja, es geht. Ehrlich. Materialistische Narren, weil sie spiritualistisch sind. Okay, aber sie sind nicht fanatisch. Und der Rest interessiert sich anscheinend nicht. Interesting. Und sie sind empfänglich. Ich könnte nicht Angriffsversprechen schließen für den Moment. Wegen dem Vertrauen. Ne, wir wollen ja ein bisschen jemanden haben, den wir hauen können, ne. Bis wann möchte ich noch machen? Ich werde jetzt gleich aufhören. Ähm, in sieben Minuten circa. Also nicht mehr lange. So, mehr dahin. Und danach will ich hier hin. Das wird teuer. Aber ich werde die Punkte trotzdem ausgeben, weil ich sie einkesseln will hier. Und am liebsten würde ich sie hier direkt auch einkesseln. Aber das werden wir dann sehen, wie lange das dauert. Ich hoffe, nicht zu lange. Äh, mein Forschungsschiff. Ja, mach mal hier alleine weiter. Ist cool. Ihr beiden könnt hier versuchen, das hier schon möglichst schnell zu erforschen, damit wir hier absolut dicht machen können. Und die hier nicht mehr weiterkommen. Denn die können sich immer noch hier hin ausbreiten. Die haben auch genug Ausbreitungsmöglichkeiten, sollen nur nicht auf meine Arme hier kommen. Weil ich keinen Bock auf die Leute hab. Und die sind ganz schön groß, ne. Schaut euch das an. Die haben ein ganz schön großes Reich. Und sind uns wahrscheinlich auch... Ja, sind uns alle überlegen. Ist cool. Einfach, weil ich zu geizig bin und die Mineralien behalten will. Dennoch könnte ich... Maybe. Verbessert die mal. Und hier würde ich auch eine hinsetzen. Wenn wir bis dahin kommen, werde ich das machen. Ich werde nicht hier so weit gehen. Ich werde hier viel Influence raushauen, wenn ich's kann. Um direkt hier hinzuspringen und den hier dicht zu machen. Das würde sonst zu lange dauern. Du möchtest sie doch nur ausgrenzen. Ja. Aber ja. Ich will mir den Raum sichern. Ich weiß ja nicht, ob hier noch einer ist. Aber für den Fall das nicht, will ich mir den ganzen Arm hier alles sichern. Damit ich stärker und mehr wachsen kann, als sie es können. Weißt du was? Du bleibst mal hier in Bereitschaft. Vor allem will ich halt nicht, dass sie mir sowas hier wegnehmen können. Ozeanwelten, tropische Welten und sowas. Ich will die ganzen taktischen Optionen mir behalten. Deshalb grenze ich sie hier aus. Versuche ich sie hier auszugrenzen. Und versuche schnellstmöglich hier hinzukommen. Obwohl ich dann den nächsten hier machen werde, um Influence zu sparen. Es ist risky, hier so viel Influence rauszuhauen, aber ich will. Ja, und jetzt sind die Grenzkonflikte schon enormst. Und die werden nicht geringer werden, fürchte ich. Soll man einen anderen Berater mal nehmen? Die ist mir ein bisschen zu hochnäsig. Liebe, Schwabe, Bewusstsein. Ich mag auch das Maschinenwesen reich. Ach, das hier ist das alternative Schiff, Leute. Das ist ja geil. Das sieht cool aus. Interesting. Ich habe gar nicht gewusst, dass das wirklich ein Sprite hat. Und sie darf das nicht? Ah, Konstruktionsschiff. Ih, das ist schlecht. Konstruktionsschiff ist sehr schlecht. Es wird eine Weile dauern, bis wir die Schiffe so was machen können. Auch wenn ich sie gerne schon hätte. Dann hätten wir nämlich ein Zerstörer-Klasse-Schiff mit ein bisschen Glück. Was nice wäre. Wir können alles raushauen, einfach mal so. Wenn wir denn so wünschen. Wir haben das Ding hier immerhin. Wir können hier ein Bollwerk errichten. Ich bin dafür. Einfach auch für Unity. Okay, und den Rest werden wir jetzt aber mal investieren. Und bam, einfach alles raushauen. Okay, fast fertig. Wir müssen das noch haben. Bis dahin ist er auch in Position. Gary will alles haben, alles. Ja, das ist doch... Ich meine, deswegen ist es ja ein 4X-Game. Das ist das ja, was hier dran 4X ist. Die anderen daran hindern, mehr zu haben als ich, damit ich in der besseren Machtposition bin. Und sie ihn am besten gar keiner sind. Aber sie lieben uns. Und deswegen noch zumindest. Und deswegen dürfen wir hier ihre Grenzen frei passieren. Wir dürfen kein... 5 Punkte? Die relative Macht ist denen nicht gut genug für ein Defensivabkommen. Okay. Also wir sind ihnen noch nicht stark genug. Ich denke mal, das wird sich aber gleich ändern. Und wir sind endlich dabei, Sirius Prime zu bekommen. Illusionsraketen. Wir können die Flak-Batterie machen. Das würde ich gerne. Flak-Batterie kommen... Oh, Zerstörer. Ich will beides haben. Wir brauchen für die Zerstörer nämlich Flak-Batterie, meines Erachtens nach. Aber ich kann Zerstörer nicht da liegen lassen. Wenn die da sind, brauchen wir sie. Die haben ja auch ein System ausgeschlossen. Das ist genauso gemein wie du. Wo haben sie denn ein System ausgeschlossen? What? What? Ach so, da. Ach, das meinst du. Ja, das ist halt ein Wurmloch. Ein schwarzes Loch. Wer braucht den Scheiß schon? Das sind nicht unbedingt Systeme, die du besitzen willst. Das sind Systeme, die du meiden willst. Weil Wurmloch, relative Zeit und so und Blödsinn mit anderen Sachen und sowas, das tut nur weh. Ist alles gemein. Alles böse. Ja, wir haben wieder einiges Materialien verloren. Ja, Mineralien. Wir sollten auf jeden Fall die Nahrungsfelder schon mal freischalten. Hier. Nun können wir auch hier bauen. Wir können das hier bauen. Wir können ein bisschen Energie gewinnen. Und hier noch ein bisschen davon. Und dann passt das erst mal. Construction complete. Sehr gut. That is exactly what I wanted. Go there. Schauen wir von Ellen Exemplaren. Ach, die Chain, die ist nicht so meins. Ist einfach so anstrengend, weil man muss jetzt hier gucken und all dort musst du ein Forschungsschiff hinschicken. Näh. Ich meine, wir hätten ihn ja, der nicht viel anderes macht hier. At this moment. Ja, die haben hier schon alles erforscht. Das heißt, er könnte das eigentlich machen. Wo ist das erste Ding? Hier. Nee, das erste ist hier. Gehen wir erstmal in deren System und holen uns den Crab. Gehen dann in unser neues System hier. Da ist sonst nichts. Und holen uns von jedem Vieh irgendwas. Ach, hier ist auch einer. Na toll. Oh, guten Tag. Ach, scheiße. Hier ist Viehzeug. Deshalb haben die das auch noch nicht. Okay. I don't know. Mach einfach mal. Das ist mies. Das ist richtig mies. Wir sind aber schon stark genug, um die auszuräuchern eigentlich. Ähm, aber ich werde es noch nicht machen, denn... Ups. Äh, Videofield, eine neue Kolonie. Hallo mal wieder. Ihr werdet euch freuen, zu erfahren, dass ihr unsere Spezies seit unserer Ankunft vervierfacht hat. Vierfacht, okay. Viele von uns ließen sich von einer Feierlaune mitreißen, als wir den Planeten erreichten und die Frühlingsgefühle nahmen wir ein bisschen über an. Also sie haben eine Orgie betrieben. Nach der positiven Erfahrung bei der Kolonisation von Baldurac haben mich ein paar tapfere Pioniere gebeten, euch im Transport zu einem weiteren Gasriesen zu bitten. Wir haben bereits einen vielbesprechenden Kandidaten in eurem Raumbereich gefunden, der sich für die Kolonisation eignen würde. Was sagt ihr dazu? Ja, ist okay. So, wohin? Hierhin. Was, Sohl? Äh, Weltraumkühe dabei noch. Ihr wollt zum Uranus, ihr Penner? Naja, gut, von mir aus. Das Other Science Ship kann einfach mal dahin und das Projekt erforschen ist okay. Ist eh in der Nähe. Ich find's so gut, dass das Ding Other Science Ship heißt. Forschungsschiff from beyond. From beyond the veil. I don't know. Es war einfach da. Äh, ich hätt gern... Nein, ich hätt gern den da. Okay. Mach danach unbedingt das System und dann das System. Interessant. Hier ist eine Menge an Mineralien, was wir uns schnappen könnten. Ähm. Du baust dort schon eine Sternenbasis. Danach kommt hier eine Sternenbasis. Dann haben wir auch mal ein paar Primitive zum... zum Beobachten. Ich glaub, wir brauchen... Wir brauchen noch eins, Leute. Das... Das geht so nicht. Wir brauchen noch ein Konstruktionsschiff. Das ist einfach zu... Zu wenig momentan, dass wir ja Möglichkeiten haben. Die Ozeanwelt wäre auch gut für uns. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, jetzt spammt ihr mich hier zu. Äh... Ausreden. Ein wütender Mob. Hol die Fackeln und die Mistgabeln. Hahaha. Fast dasselbe. Salt. Ja, ihr salzigen, ey. Typischer Twitch-Chat hier. Alle so salzig. Ähm. Ich hab mehr als genug Limit. Also können wir auch voll machen. Dann sind wir vielleicht nicht mehr ganz so schwach gegenüber die hier. Aber die haben sicher die... Ja, die haben sicher schon Zerstörer. Äh... I don't care who wins. Denn unsere Troller gibt's nicht mehr, leider. Steht zumindest nicht mehr zur Wahl, was komisch ist. Also wird sie auch nicht mehr exist... Doch, sie existiert noch. Nee, das ist sie nicht. I don't know. Äh, ich wollte die Maschinendelegenz wieder wegmachen, was sie machen. Cool. I like it. Nehmen wir erstmal ein bisschen die Soldatin. Alle Konstruktionsschiffe machen nichts mehr. What, 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 what? Das geht aber gar nicht. Ach so, das eine war ja neu. Äh... Bitte geh ich hier hin. Und du... Hm... Man, die sind die Schiffswerft. Wir könnten hier eine Sternenbasis bauen, aber es kostet viel zu viel Influence. Hier können wir nicht bauen. Hier ist noch nicht erforscht. Da auch nicht. Äh... Pff. Aber sonst, the main ist auch nice. Dann baue ich hier eine. Geh zumindest mal da hin. Und du, Chef. Du neue Person. Von dir möchte ich, dass du endlich hier baust. Und hier eigentlich auch baust. Aber ich habe nicht genug Punkte momentan. Ja, ganz schön runtergegangen, mein Einkommen. Äh, Lucy hat brennenden Käse oder stinken. Ist das stinken der Käse? Stinky Cheese. Wow. Lucy ist stinky geworden. Ich glaube, hier, das hole ich mir auch noch als nächstes. Und dann hier in die Richtung mehr. Äh... Aktuellen Herrscher wieder gewählt. Okay, also dann haben wir immerhin viel Unity. Wie viel brauchen wir für das nächste? Das ist echt schon... Das ist so dreckig, wie stark das ansteigt. Noch 77. 2.400. Leute. Aber das liegt dann in vielen Kolonien. Obwohl wir das schon gesenkt haben um 20% oder sowas. Ja, die Traditionen erhöhen es. Die Systeme erhöhen es. Die Kolonien erhöhen es. Das ist so mies, ey. Unity viel zu haben ist so schwer. Sternbasenkapazität ist nice. Flottenkapazität. Das können wir gebrauchen. Also noch nicht wirklich. Abadons Demain. Das war mir so klar, dass da jetzt einer kommt. Anführerlimit erhöhen und Anführeralternativen. Ja. Ich glaube auch, weil es günstig ist, nehmen wir das jetzt einfach. Ihr kommt zu Abadons Demain. Zumindest mal in die Richtung. Wir gucken, wo sie jetzt auftauchen als erstes. Oh, wir haben 40 jetzt das Limit. Sehr schön. Das heißt, wir können noch super Zerstörer jetzt dazu packen. Wenn wir denn noch ein bisschen mehr davon bekommen. Apropos. Wir haben eine neue Sternenbasis. Hier können wir noch einen Ankerplatz machen. Wir können eine Geschützbatterie hinpacken. Wir können eine Hydrokultur machen. Wir haben mehr als genug Nahrung. Störsender wäre in dem Falle, glaube ich, besser. Ja. Und da ist unsere Unity. Wir bekommen mehr Forschungsalternativen. Schön. Und hier sind unsere neun Freunde. 600 haben sie nur. Und wir haben 1100. Ja, wir sind jetzt gut dabei. Schön überlegen. Forschungsabkommen ist vorbei. Handelsabkommen anbieten. Oh, Forschungsabkommen wollen sie nicht mehr? Ja, sie sind besser in der Forschung. Okay, mal gucken. Also, sie wollen auf jeden Fall 233. Dafür haben wir für 30 Jahre. Have fun. Das kann nur gut für uns sein. Leider auch für sie, aber... Naja. Ich bin schon wieder viel zu lange dran. Ich wollte eigentlich aufhören. Damn it. Aber gerade ist so geil. Das ist so schlimm, dieses Spiel. Okay, du gehst da hin, weil hier jetzt Piraten sind. Okay, hast du den Pfad geändert. Wartet mal. Geh hier hin. Das würde ich gerne noch in Auftrag geben. Und danach beende ich den Stream. Schützbatterie reinballern? Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, ob eine Raketenbatterie besser ist. Raketen hat es eh auf der Stufe. Oder hat es generell. Hat sie schon auf der niedrigen Stufe. Also wir sehen, es hat Raketen. Und es hat Geschütze. Eigentlich bräuchten wir Laser. Ich glaube zumindest, dass das Geschütze sind. Kann ich halt nicht deuten, weil hier steht das nicht richtig drin. Hier stehen die Boni drin und alles, aber... Kein Handelsknoten, weil kein Händenklav oder Planet im System ist. Okay. Ja, ich denke, eine Geschützbatterie wäre hier sinnvoll. Obwohl Raketenbatterie? Ignoriert Schilde, ne? Kann aber abgeschossen werden. Also, hm. Nehmen wir die Geschützbatterie, komm. Extra viele Geschütze gegen die Penner ist immer gut. Die werden eh ziemlich reinhauen. Wenn die wirklich ankommen sollten, das sind Marodeure, kommen die direkt mit der 10k-Flotte. Oder 15k, wenn wir so 1000 haben hier. Das ist so krank, ey. Die Dinger sind so asozial stark. Und mit Dinger meine ich dieses Reich. And there we are. Aha. So, das wird jetzt ein schöner Kampf noch. Oh, damn. Und gerade so haben sie noch die Research Station gekillen können, die Schweine. Haben wir wenigstens ordentliche Triebwerke mittlerweile? Nein, wir haben immer noch Crab-Triebwerke. Schön. Während sie bessere haben. Aber damit können wir die Erforschung der Triebwerke verbessern. Wir haben noch niemanden verloren. Ich hoffe, wenn, dann zieht ihr euch zurück. Aber guck mal, wir haben überall noch Panzerung. Die kommen einfach nicht durch unsere Panzerung durch, was so stark für uns ist. Während wir ihre Panzerung wegschmelzen. Wir brennen uns da durch, wie mit Plasmaschneidern. Das ist so geil. Die blauen Laser sind ziemlich gut dafür. And they're dead. They're so dead. Okay, ich glaube, du bist derjenige, den ich... Ja, dem ich jetzt erstmal sage, geh hier hin. Das ist wichtiger. Und danach können wir immer noch sagen, okay, hol das Ding. Und dann hol das Ding. Und das Ding. Und dann können wir gucken, was noch fehlt. Awesome. Äh, außerdem fliegt der noch schnell hier rein. Wir machen die nochmal platt. Dann haben wir nochmal ein paar Piraten gekillt. Immer ein bisschen Action in den Folgen hier. Nicht viel, aber etwas. 16 noch. 66 auf einmal? Ja, 67 sind es wahrscheinlich. Wie Butter, ja. Hm. Wenn du dann an ihren Schiffsrümpfen die Butter entlangfließen siehst, ne? Dann freut man sich. Okay, da dürfte dann die Station sein, ja. Am schwarzen Loch, ne? Ganz, ganz intelligent. Aber ich meine, das sind Piraten, das wir mal erwarten, ne? Und wir fliegen mitten ins schwarze Loch rein. Und we don't care. We're crazy like that. Mit unserem Korvetten-Schwarm. 1200. Äh, Stärke. Sehr nice. Wie sieht's aus mit unserer Stärke? Hä, ihr seid immer noch überlegen. Gott, sind wir schlecht, ey. Das sind die Mineralien, Leute. Die Mineralien, die uns fehlen. Die wir die ganze Zeit nicht bekommen konnten. Schaut mal, 20 Schiffe, wie die uns die Mineralien weghauen. Auch nicht nett. Du bist arbeitslos. Das wollen wir nicht haben. Äh, ich geb dir mal das Bollwerk. Sonst will ich aber bei euch eher sowas sehen wie mehr Mineralien hier überall. Denn wir werden hier noch genügend, ähm, Energie machen. Ich kann leider noch kein Betharian-Kraftwerk machen. Ich müsste aber jetzt die Forschungsoption dafür bekommen. Früher oder später. Hoffentlich eher früher. Wir haben besseren Fusionsreaktor schon. Das brauchen wir nicht. Die UV-Laser werden nice. Gravitationssensoren sind nice. Aber uns sind auch schon ein bisschen fertig. Ich glaub, deshalb nehm ich die. Obwohl, die bleiben ja noch. Ich könnte schnell die UV-Laser machen für besseren Schaden. Ja, komm, ist egal. Wir brauchen ein bisschen Sensoren. Horchposten ist halt nice. Wenn ich hier in Horchposten dranpappe, dann werde ich das Reich wahrscheinlich sehen. Oh, wie zuvor wurde ein Frachter-Konvoi organisiert und die Dathnak-Kolonisten im Druckgastank sicher transportieren. Nach kurzem Flug erreichen sie erfolgreich den Gasriesen, den sie den Namen Neu-Balderac gaben. Zur Kommunikation mit Balderac wurde ein Satellit im Orbit zurückgelassen. Ja, sehr schön. Awesome. So, da wir das jetzt in Auftrag gegeben haben, werde ich jetzt den Stream hier beenden. Mit dem kleinen Zusatz, dass das dann noch erforscht werden muss. Okay. Ja, ich werde den Stream jetzt hier beenden. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich die Typen hier wegballern, werden das System schnell erforschen. Sobald das Schiff hier fertig ist. Und zumindest das ist mein Plan. Und werden sofort hier das Ding... In der Zeit können wir ja versuchen, hier noch ranzukommen mit der Ausbreitung. Aber wir werden dann hier am besten eine Sternenbasis hinsetzen, die ausbauen. Damit wir vor denen hier relativ sicher sind. Auch wenn die ziemlich freundlich uns gegenüber sind. Und, äh, just in case. So. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut. Der Stream war sehr lustig, fand ich. Ich hoffe, er hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Stellaris Apocalypse im Stream. Bis dann, Leute. Bye, bye. Also erstmal auf YouTube, ne? Kommentare da lassen, Bewertungen, wäre nett. Und bis bald. Tschüss.